Heute habe ich einen dramatischen Artikel in der Frankfurter Rundschau gelesen und es geht um die menschengemachte Klimakatastrophe. Bitte geht auf meine Bio, dort ist ein Link und dort könnt ihr den Artikel dann finden. Bitte lest ihn, wichtig! Denn die Veränderungen könnten dramatisch sein. Der Golfstrom könnte durch die Erderwärmung kollabieren. Dieser ist dafür verantwortlich, dass wir warmes Wasser aus den Tropen bekommen. Und dadurch ist Europa kein Kühlschrank. Und die Forscher haben mit einem Supercomputer berechnet, dass durch die Erderhitzung mehr süßes Wasser von den Gletschern fließt, zum Beispiel aus Grönland. Und dadurch die Wasserzusammensetzung sich verändert im Meer. Und dadurch der Golfstrom sich verändern könnte und kollabieren könnte. Und wir kein warmes Wasser mehr dann bekommen würden. Und dann könnten die Temperaturen zum Beispiel in Bergen, in Norwegen, um minus 35 Grad sinken. Oder in anderen Teilen von Europa 5 bis 15 Grad. Das ist ziemlich dramatisch. Und große Teile von Europa werden dann von Eismassen bedeckt. Wie das ja auch schon vor ein paar zehntausend Jahren auch der Fall war. Und auf diese Veränderungen könnten wir uns natürlich nicht einstellen. Wenn es richtig dumm läuft, könnten wir laut der Forscher schon 2025 in so eine Kaltzeit reinrutschen. Ja, oder auch später. Das kann man noch nicht genau berechnen. Wissenschaftler berechnen, dass wir in eine Eiszeit drohen zu rutschen. Und unsere Politiker und unsere Medien behandeln das Thema kaum. Also ich habe nur in der Frankfurter Rundschau diesen Artikel gelesen. Und überall sonst schweigen im Walde. Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht. Wir müssten jetzt auf die Bremse treten, um nicht in die Klimahölle zu rasen. Stattdessen geben wir auf den Gaspedal Gas. Und werden eine ganz schlimme Welt bald erleben. Wir müssen endlich aufhören Gas, Öl oder Kohle zu verfeuern. Weil das sind klimaschädliche Gase, die zur Erderwärmung beitragen. Und natürlich zum Schmelzen entsprechender Gletscher in Grönland. Und ja, die Katastrophe habe ich ja schon beschrieben. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt was ändern. Und nicht auf morgen warten. Und dann hoffen, dass die Katastrophe an uns vorbeigeht. Das wird nicht der Fall sein. Stattdessen verschließen wir unsere Augen. Ich verstehe es nicht. Könnt ihr das verstehen?